Ja, Merry Christmas, meine lieben TV-Freunde. Es ist der 24. Dezember und ja, das Geheimprojekt verrate ich jetzt noch nicht. Das verrate ich heute am Heiligabend und ja, ich möchte euch in diesem Video danken für eure tolle Unterstützung, für eure tollen Kommentare und ja, Bewertungen und auch nochmal riesen Lack an den Rony LP. Ohne ihn wäre dieses supergeile Intro nicht möglich gewesen. Und ja, in diesem Video habe ich mir auch überlegt, so circa 10-15 Sekunden lang zu singen. Das mache ich jetzt mal. Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Alter Schwede. Und Leute, ich wollte schon immer mal bei einem tollen Minecraft-Projekt und da sind wir Mike Varo. Das kann ich nur durch eure Unterstützung erreichen in ein paar Jahren. Dafür brauche ich ja die 25.000 Abonnenten. Aber ihr seid wirklich eine tolle Community. Und egal was ihr jetzt sagt, ich liebe euch, Leute. Ja, auf jeden Fall, das wird jetzt hoffentlich ein schönes Fest für euch. Und ich sage mal, tschüss, haut rein und Merry Christmas. Merry Christmas from the bottom of my heart.